Wir sind die motivierten Gurken beim Team 10-Kampf der LG Nord. Höher, schneller, weiter. Bei 34 Grad messen sich Jung und Alt, Breiten- und Leistungssportler sowie Vereinskollegen und Familienmitglieder in einem spannenden Team 10-Kampf der LG Nord Berlin im Stadion Finsterwalder Straße. Das Schönste ist, dass alle Altersstufen zusammenkommen und miteinander was machen, Frauen und Männer, und dass jeder seine Chance hat und dass es einfach eine schöne Stimmung zusammen gibt. Sportler und Sportlerinnen von 11 bis über 75 Jahren stellen sich dieser Herausforderung in, na klar, 10 Disziplinen, unter anderem Sprint und Sprung. Ein Team besteht aus 4 bis 5 Teilnehmern und jede Person startet in 2 bis 3 Disziplinen. Der Teamgeist wird extrem gefördert und dadurch, dass die Disziplinen aufgeteilt werden, kann jeder seine Stärke machen und Erfolgserlebnisse haben. So treten zum Beispiel im 1500 Meter Lauf Junioren gegen Ü60 Frauen an und nicht nur die Jugendlichen sind stolz auf ihre Leistungen. Für einige Teilnehmer sind einzelne Disziplinen des 10-Kampfes völliges Neuland. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt an so etwas teilgenommen habe. Leichtathletik ist sonst nicht so meine Stärke, aber mein Onkel macht das seit 1,5 Jahren ungefähr und dachte, ein Familienteam kann man doch aufstellen. Und das war dann Motivation, das doch mal auszuprobieren. Der Wettkampf ist nicht primär auf Sekunden und Zentimeter ausgerichtet, sondern auf Team-Spirit, Vielseitigkeit und Spaß am Sport. Zentral ist der Gedanke, dass dieser in der Gruppe absolviert wird. Dadurch ist der Beitrag jedes Einzelnen wichtig für das Endresultat. Schließlich werden Jugendlichen und Erwachsenen angeregt, sich vermehrt an individuellen Maßstäben zu orientieren und kommen so zu Erfolgserlebnissen. Alle gut durchgekommen, wir hatten alle Spaß, das ist ja auch wichtig. Bestleistungen dabei gewesen, jetzt mal auf den sportlichen Punkt gesehen, also von allem, von allem war es dabei. Wollt ihr die Laufbahn selbst unter den Füßen spüren, euch mit dem Stab in die Höhe schrauben und das einmalige Teamgefühl erleben? Egal ob Vollprofi oder Hobbysportler, nehmt die Herausforderung an. Denn bei der LG Nordberlin erwartet euch in den nächsten Wochen ein vielfältiges Bewegungsprogramm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017